Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play BattleBlock Theater. Mein Name ist Skrawl und ich begrüße euch zur letzten, wahrscheinlich letzten Runde, wahrscheinlich zum letzten Boss von BattleBlock Theater. Mein Name ist Skrawl und ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber wir starten jetzt rein. Los geht's! Ich hoffe, dass du Gems findest und nicht die Tod. Die Tod. Okay, mal schauen. Also hier können wir beides mal nicht lang. Das heißt, wir müssen höchstwahrscheinlich den Port hier nehmen. Wir haben den erst zu speichern und bei mir ist es gerade mega laut auf dem Ohr, den müssen wir eben kurz hier leise machen. So. Ja, man sieht schon, die Level werden immer ein bisschen ausgeklügelter. Wir gehen jetzt erstmal hier rüber. Wow, das war ganz schön close. Wow, okay. Also man merkt schon, die Level werden hier um einiges schwieriger inzwischen. Yes, hat geklappt. Okay, alles safe. Hier rüber. Langsam runter. Langsam. Okay, hier ist nichts. Das ist schon mal gut, dass hier nichts ist. Äh, zack. Uh, oh, ähm, ups. Gott sei Dank hatten wir hier einen Safepoint. Okay, jetzt gucken wir mal. Ah, das geht also immer kaputt, wenn da diese komische Ding dagegen fliegt. Okay, hier so hin, hier hin. Hier kommen wir im Moment noch nicht hoch. Wollen wir aber natürlich hoch, weil da Wall of Four ist. Uh. Was bringt das jetzt? Hier kommen wir nicht nach unten. Wir müssen also irgendwie das Kätzchen hier blöd machen. Jetzt schauen wir mal, wenn wir hier jetzt so machen. Das ist schon mal, ähm, wir gehen aber erstmal nach hier unten rum. Ach, guck mal hier. Schweinchen. Können wir aber erst machen, wenn wir das Ding aushalten da unten. Okay. Nein! Oh, shit. Da haben wir ein bisschen falsch gezündet immer. Oh, Gott. Fang ich an zu lecken schon wieder. Yes. Schau auf, mein kleiner nackter Freund. Bin ich nackt? Bin angezogen. Oh, oh, äh. Boah, das war ganz schön close. Ah, jetzt kommen wir also hier hin. Machen das hier mal weg. Können dann hier hochspringen. Hier. Oha. Rüber. Bitte. Yes. Ähm. Hattest du uns jetzt irgendwas gebracht hier? Eigentlich ja nicht, oder? Eigentlich hat jetzt die Runde jetzt gar nichts gebracht. Jetzt gehen wir mal hier runter, hätte ich mal gesagt. Ähm. Cheater. Ah, doch, wir kommen hier runter. Ah, I see. I see. Jetzt stellen wir das hier ab. Ach, warte mal. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich glaube, wir nehmen es trotzdem mal mit. Oh, diese... Manchmal, manchmal laggt es doch ein bisschen gerade. Ich weiß nicht, warum. Äh. Oh, ich glaube, mein... Meine Festplatte ist zu voll. Oh, nein. Kein... Oh, komm schon. Wegen den Legs. Warum? Ich muss jetzt mal ganz kurz die Aufnahme beenden. Eine Sekunde, bitte. So, eigentlich müsste es noch funktionieren. Jetzt gehen wir mal hier runter. Äh, warte mal. Wir wollen doch gar nicht hier runter. Wir wollen hier hin. Haben jetzt hier den ersten Block weg. Das heißt, wir können... Können das noch nicht wegziehen. Ah, shit. Wir müssen doch das Weiße finden. Aber wo ist das Weiße nochmal? Das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Oh, no. Ähm. Das muss da rechts sein irgendwo. Warte mal. Wir gehen einfach hier runter. Hier ist es ein bisschen sicherer. So nehme ich. Das ist okay. Dann kommen wir... Aua. Hier runter. So. Dann kommen wir hier rüber. Können wir hier rüber. Ah, okay. Aber wie kommen wir da runter? Alles klar. Ich weiß, wie wir hier hinkommen. So. Das Weiße ist also damit jetzt auch aktiviert. Können uns jetzt also wieder hochporten hier. Aber warte mal. Wir gehen wieder den Weg hier. Der ist wieder schneller. So. 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 Ich sterbe kurz mal. So. Das war meine ganz nette Idee, nicht zu sterben. Jetzt können wir das hier nämlich hier rausziehen. Dann macht's Blob. Jetzt weiß ich mich gerade nur, wie wir da reinkommen. Weil ich natürlich den Djemble. Erstmal können wir hier die ganzen Sachen einsammeln. So. Nice. Hier drüben gibt's... X. X wahrscheinlich nichts mehr. Nein, das heißt, wir müssen da irgendwie noch reinkommen. Ich frag mich nur, wie. Bringt das ir... Oh, nein. Ups. Bringt das irgendwas? Ach, warte mal, warte mal, warte mal. Da fällt mir ein, ich weiß, wie wir das machen können. Und zwar ganz einfach. Wir sammeln nämlich hier oben das Ding hier einfach rein. Oh, wir finden es. Aber bemerkbar, nicht zu verlieren. Nein, oh. Ach, shit, hey. Jetzt haben wir es gebraucht. Och, Mann. Aber jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie wir da hochkommen. Schon mal ganz cool. So, wir machen das jetzt einfach easy. Immer schön langsam, nicht zweimal springen. Yes, komm schon. Yes. Und ab in den Exit. Wo ist er denn nochmal? Ähm, ach nein, wir müssen wieder hoch. Oh nein, wir müssen wieder hoch. Wir brauchen schon wieder für ein Level Ewigkeiten. Das ist echt der... Ups. Echt absolut der Wahnsinn. So. Nach unten porten. Und ab ins Ziel. Yeah. Mit den ganzen Gems hier am Start. Ich glaube, nach dieser Folge hier können wir mal wieder shoppen gehen, bevor wir dann Richtung Ende gehen. Oh, wir haben eine neue Erfolg-Folge schalten. Das ist sehr, sehr schön. Das freut mich. Wieder ein gutes A. Königlich würde ich da schon fast sagen. Königlich. So. Oh, wir müssen hier losreiten mit unserem Schweinchen hier. Reite, mein Schweinchen, reite. Können wir da direkt hoch? Äh, warte mal. Ne, hoch wäre da ein bisschen dumm, habe ich so das Gefühl. Rock on, mein little naked friend. Kommt das jetzt hier rüber? Yes. Schnell, 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 schnell. Oh, zu langsam. Okay. Wir dürfen das nicht so weit locken. Okay, ich sehe, wie das Level hier geplant ist. Nämlich genau so. Haben es dann hier geschafft. Das ist wieder so ein Level, wo man erst in die eine Richtung muss und dann in die andere Richtung. Hier ist nichts versteckt. Das ist okay. Ach du großer Gott. Ähm. Das hier stellen wir mal da hin. Das hier nehmen wir mal hier runter. Runter, runter. Schieben wir hier drauf. Das hier schieben wir raus. Dann können wir das hier nicht rausschieben. Und. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Das hier nehmen wir nochmal hier rüber. Ah, okay. Gut. Auch geschafft. Kurz überlegen müssen. Dann hat es funktioniert. Das ist schon mal sehr gut. Aha. Aha. Yes. So sieht's aus. Hehehe. Cheaterino. Äh. Nicht runterfallen, bitte. Nein. Lauf nicht so weit, Pinguin. No. Warum nicht sich selbst verraten und geh raus für Teesburgers und Chocolatesmilkshäuser. Nein. Und verraten mich mit dir und verraten mich auch. Und verraten mich auch. Komm zurück. Zick. Echt? Jetzt ist er an der Explosion von dem Pinguin gestorben? Ach, warte mal. Ist da oben ein Schalter zufällig? Ich glaube, da oben ist ein Schalter. Und er aktiviert das Ganze dann. Ah, oder er hilft uns einfach hoch. Das wäre natürlich die einfachere Lösung. So, jetzt müssen wir hier ganz safe mal runterkommen. Ohne da großartig an den Rand zu stoßen. Boah, das ging eigentlich relativ gut. Ähm. Äh. Stopp. Nicht nochmal sterben, wenn es geht. Äh. Gut. Ach, okay. Ich habe es gewusst, dass man hier durch muss, weil das ist einfach... Manche Sachen sind offensichtlich. Manche Sachen sind doch in dem Spiel relativ offensichtlich, was ich auch relativ gut finde. Warm ist hier. Ohne. Ohne. Da kommt nachher dieses komische Ding hin. Komm her. No. Schnell. Wir müssen hier weg. Das Ding will uns fressen. Okay. Okay. Wieder nicht am Rand stoßen wäre nicht schlecht. Okay, hier noch den Checkpoint einnehmen. Ähm, warte mal, äh, boah, Pinguin, warum? Ja, ich weiß, dass ich nicht sterben soll, aber wenn der Pinguin halt weiterläuft, kann ich auch nicht dafür, hey. Ja, komm, lauf noch 100 Meter, ey. Ja, dankeschön. So war das doch geplant. Ich habe ja auch noch genug Zeit zum Wappen hier. Oh, nicht runterspringen, bitte, danke, wir haben ja alles, wir müssen ja nichts mehr suchen. Aber warte mal, hier müssen wir jetzt so machen, dann machen wir die hier auch so, können wir hier rüber, äh, dann nehmen wir das hier, schieben das rein, schieben das hier nach oben, schieben das hier rüber, schieben das hier rüber, sind wir hier durch, nice, das also auch geschafft, jetzt mal hier festhalten, wer weiß, was da kommt. Och ja, jetzt müssen wir also auf zwei Sachen auch noch aufpassen, egal, passt, ist relativ easy gewesen. So, nehmen wir das hier noch, jetzt haben wir hier wieder unser Schweinchen. Mal schnell das hier herrufen, bitte. Stopp, Schweinchen! Yes! Jawohl, jawohl, und wir haben das Level geschafft. Puh, nice! Die Level werden wirklich immer schwieriger und auch immer länger, wie ihr merkt. Ja! Folgen werden ja auch gerade irgendwie im Moment immer länger, habe ich das Gefühl, deswegen mache ich ja immer drei, aber heute wird ja länger noch, heute kommt ja die Boss, das Boss Level noch. So, wir gehen jetzt erst mal hier hoch, weil ich hier oben ein gutes Feeling habe. ein gutes Feeling habe ich hier oben. Oh Gott! Gehen wir hier mal runter und sind jetzt... Wow! Echt jetzt? So weit sind wir gekommen? Oh mein Gott! Oh, hier ist ja gar nichts los, ey! Äh... Äh... Okay... Wow, wirklich? Das war jetzt ein bisschen dumm. Nein! Nicht brennen! Nicht brennen! Äh... Egal, wir haben ihn tot. Das ist schon mal nicht schlecht. Ah ne, wir müssen das ja deaktivieren. Jetzt gucken wir mal. Ja... Äh... Okay... Aua! Äh... Ja... Ja... Oh Gott, wie viele Katzen sind da drin? Jetzt will ich aber doch nochmal hier runter schnell. Warte ich aber mal gucken will, ob hier unten noch irgendwas liegt. Ah, da unten ist ein Gem. Da wollen wir jetzt erst mal noch hin. Den hätten wir jetzt fast vergessen. Ah, okay. Jetzt müssen wir... Und noch den hier... Wow, echt jetzt? Kannst du mal... Kannst du mal vielleicht hier... Darüber? Wow, really? Komm! Yes! Sehr, sehr schön. Hat funktioniert gut. So, das heißt, sobald das aktiv wird, fliegt es dann runter. Und dann können wir hier Sachen machen. So, jetzt gehen wir hier hoch. Wir müssen hier noch schnell den Blitz... Blitzdingern ausweichen. Geht aber auch relativ gut. Also schön cool bleiben bei den Boomerangs. Oh, no! Ah, geil. Easy geschafft. Und runter. Volle Gange runtergeholzt, ey. Zack! Boom! Hat's gemacht. Ähm... Da oben ist nicht... Oh Gott! Nein! Nein! Zack! Aufgespießt! Tot! So, jetzt gehen wir hier runter. Haben wir jetzt die grüne... Ah, okay. Die sind die ganze Zeit am Kirch nicht freigekommen. Das wäre auch ein bisschen schlimm gewesen, wenn die freigekommen wären. Aber wir haben jetzt hier den Stein. Können dann hier noch hochschneller. Machen dann zack! Oh nein! Jetzt sind die Dinger aber freigekommen, oder? Burn! Burn! Nein! Nicht kuscheln! Ich möchte nicht kuscheln! Ich bin kein kuscheliger Mensch. Was eine Lüge ist. Vielleicht. Das werde die nie erfahren. Muhahaha! So. Ähm... Hier hoch. So. Wir haben... Wie viele Gems haben wir? Vier. Vier Gems haben wir. Ja, guck mal, da unten ist ein Gem. Vielleicht holen wir den mal schnell, indem wir das Ding hier rausholen. Oder wir holen ihn zuletzt. Bringt es irgendwas, wenn wir hier hochgehen? Können wir das Ding durch das Portal rufen? Nein! Nicht so oft hin und her. Anscheinend nicht. Oh, wow! Tu mal dieses Ding mit Jetpack. Ah, jetzt! Jetzt hat es funktioniert! Yes! 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 Wie komme ich denn da hoch? Jetzt gehen wir mal hier unten rein. Ich glaube, wir müssen hier irgendwie hochstealfen. Oh nein! Oh nein! Hier war auch noch ein Gem, aber es bringt uns leider nichts weiter hier hochzukommen. Wie kommen wir denn da hoch? Also, so können wir nachher dann mit dem Schweinchen ins Ziel reiten. Das ist für mich verständlich, ja. Ah, ich glaube, da hätten wir... Ja, ich glaube, da hätten wir die grünen Dinge noch gebraucht. Shit! Ja, dann werden wir den Ball of Full wohl leider nicht haben hier. Wie sollen wir denn das Schweinchen hier rüberkriegen? Ach, warte mal! Guck mal, wir können doch hier so ganz easy machen. Komm schon! Komm schon! Nicht runter! Nicht runter! Yes! Okay! Alles klar! Okay! Das haben wir dann also schon mal geschafft hier. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das Schweinchen hier noch rüberkriegen. Sonst kommen wir ja nicht ins Ziel rein, oder? Ah! I see! Jetzt! Alles klar! Das hier nochmal weg! Schweinchen wieder hier hochrennen lassen! Komm mal her, Schweinchen! Yes! Dankeschön! Nein, nicht so weit! Jetzt! Nein, 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 nein! Ach! Komm, hier runter! So! Jetzt gehst du jetzt ins Wasser. Jetzt gehst du ein bisschen baden, weil du dreckst durch. Yes! Und wieder ins Ziel! Puh! Drei von drei jetzt mal! Geht doch schon mal gar nicht so schlecht jetzt. Du, 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 du! Nice! Das A plus ist so nah, dass ich es so rüberkriegen kann und es schmeckt gut! Es schmeckt so gut und ab ins Bosslevel! Nein! Jetzt müssen wir wieder richtig... ...pushen! Puh! Puschen! Puschen! Los geht's! Das Volk jubelt! Wir sind der Held auf der Bühne! Können wir es schaffen! Wir spielen den König! Wir müssen es tun! Los geht's! Du musst gehen! Du kannst nicht gehen! Du kannst nicht gehen! Denn das ist eine Runde gegen die Kloch! Die Kloch! So! Zack! Erstes! Rüberspringen! Erstmal das Ding hier nehmen! Oh Gott! Nicht backen! Nicht laggen, meine ich natürlich! Nicht backen! Äh, laggen! Hier rüber! Hier hoch! Oh, nicht hier hoch! Erstmal Runde fallen! Das ist gut! Wir haben Zeit! Alles ist cool! Gem, 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 gem! Lass mich da rüber! Du Penner! Burn! 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 Okay, jetzt fliegt er wieder weg! Wir probieren weiter hoch zu kommen! Hier drüben muss irgendwas sein! Hier drüben ist nichts! Ach, Mann! Okay, also wir gehen jetzt hier ganz safe hoch! No! Warum bildet sich das nicht? Du blöde Katze! Mach den Abgang! Der Katzenfight hier wird wahrscheinlich sehr, sehr anstrengend sein! Wir werden es aber einfach jetzt ignorieren und weitergehen! Zack! Activating! Zack! Runter! Zack! Äh, äh, äh! Nicht, nicht vielleicht das Vieh vom Vieh fressen lassen! Das ist gut! Schnell hier rüber! Das kommt ja nicht Gott sei Dank nicht durch! Zack! Oh, no! Komm, schnell! Wir haben nicht mehr so viel Zeit! Wir kommen wieder runter! Da ist der Exit! Okay, wir müssen noch irgendwas aktivieren, das wieder hinkommt! Erstmal aktivieren wir das hier! Dass das Ding hier nicht mehr rüber wirft! Okay! Wir scheißen also auf das... Oh, oh! Oh, sowas liebe ich ja! Wenn überall Stacheln sind! Oh nein! Äh, boah! Also, alles wieder hier auf Reaction gemacht, hey! Wie komm ich denn da hoch jetzt? Oh Gott! Ich muss also hier drüber laufen! Ah, da sind die Wings! Die Wings of Liberty! Oh Gott! Oh Gott! Ähm, okay! Ich weiß schon, was ich zu tun habe! Nein! Hattest du uns zerschlagen! Okay, wir haben noch zwei Minuten Zeit, um ins Ziel zu kommen! Nein! Da kommen immer zwei Stück runter! Ich darf nicht so schnell hier! Oh Gott! 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 Yes! Komm schon hier hoch! Jawohl! Ähm, schnell hier runter! Schnell hier runter! Schnell hier runter! Yes! Okay, erstes Level geschafft! Alter, wie viele Steine hier rumhüpfen! Und dann gehen wir nach dem Mountain, auf unserem Toboggan! Und dann, äh, vielleicht essen wir was und ein bisschen Kokos mit Marshmallow. Ah, shit, wir müssen das Level neu starten. Ah, Level zurücksetzen. Ja. Äh, halt, ja. Shit, hey! Jetzt ist es perfekt gelandet. So wollte ich das eigentlich haben von Anfang an. Oh Gott! Oh no! Oh, überall Feuer und Wasser. Alles gleichzeitig. Shit. So, also. Wow, Alter. Okay, äh, dieses dumme Katzchen, ja? Ignorieren wir. Nein, nicht um mich abwackeln! Nein! Okay, hat geklappt. So, also hier rüber, hier rüber, hier hoch, aktivieren, hier rüber, sterben. Dann hier runter, dann... Boah! Feuer! Eat my! Boah, komm schon! Okay, 2 Minuten 40 noch, alles safe. Wir können das noch machen. Hier hoch jetzt schnell, hier rüber dann schnell. Hier runter schnell. Nicht abfackeln. So wie es scheint. Okay, hier jetzt. Oh Gott. Oh, shitty. Shitty, shitty. Okay. Echt jetzt? Das ist ja mal mega böse. Okay, wir sind safe. Wir sind safe. Alles klar. Oh, oh. Run for your life! Meow, 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 meow. Burn! That's the most beautiful gemstone I've ever seen! Duels of the duels! Zack! Burn! Hey, don't miss that yarn! Got it! Got it! Got it! Yes! Got it! Thank you! Okay, hier hoch. Und da oben ist schon... Der Key! Nein! Der Key ist so nah! Warum? Nein! Schmeichchen! Komm schnell mit! Komm schon! Yes! Der Key ist da! Oh Gott! Okay! Wir haben's geschafft! Story, geht weiter! Komm schon! Komm schon, jetzt! Let's do this! Gib was der Story! Ah, schade! Leider nicht so ganz hochgeschärft. Haben irgendwas vergessen wahrscheinlich. Story, psst, 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 psst. What a twist that would be! No, that's impossible! These guys are bat poop crazy! We gotta get the hatty ASAP! As soon as beer home like a bullet! Mega supery fast! But you gotta get through that vault and get that key first! And this particular vault is more dangerous than telling a girl she's chubby! Oh my god! I know, right? It's a poop inducing nightmare in there! You're gonna be killed until you're dead! But, you know, put your big girl panties on. Everybody has problems. And not to add another ingredient to your rich, chunky stew of personal problems. But the staff's out for blood now! And they mean business! Their spirits have grown far too weary, children. And a weary spirit requires sustenance! Rich, buttery sustenance! Sustenance is only sustained by killing Hattie and starting this insanity all over again with a new person! What a counter-productively futile charade this is! When will they shatter their shackles of ignorance to transcend the bane of their self-afflicted miser- When will they stop being stupid, crazy, dumb jerks? Everyone's kind of sick of it! But I guess there's no reasoning with madness. Or cats, for that matter. Seriously, try talking sense into a cat. They just stare at you with their lifeless, patronizing eyeballs for, like, a couple of seconds, and then they just walk away! And then you're like, don't turn your back on me! And they're like, nah! And then you're all like, and then they're all like, nah! But it is what it is, I guess. So are you ready for the most importantly important mission of your entire life? Yes! I hope so. It's time to show these guys. They picked the wrong boat of friends to tangle with. Just hold on a little longer, Homie! We're coming for you! It'd be nice if you could meet us halfway, but, you know, whatever. Never! Nah! 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 Das heißt wir haben also noch ein wunderschönes Level vor uns, und zwar hier, den unglaublichen Treasure. Und dort wollen wir in der nächsten Folge rein starten. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst natürlich einen Daumen nach oben da, schreibt wahrscheinlich in die Kommentare und vergesst natürlich nicht zu abonnieren. Und seid dabei, wenn wir nächstes Mal das Finale spielen. Mein Name ist Skrall, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss